Liebe Kufsteinerinnen, liebe Kufsteiner, ich darf mich auf diesem Wege bei Ihnen als Bürgermeisterkandidatin vorstellen. Sie kennen mich wahrscheinlich als Schulleiterin und Gemeinderätin. Kufstein ist eine tolle Stadt. Als zweitgrößte Stadt Tirols brauchen wir für die kommenden Jahre einen konkreten, zukunftsorientierten Plan und keine Schwurbellektüre mit dubiosem Podcast. Die Stadtfinanzen müssen neu und transparenter aufgestellt werden. Wir brauchen Chancengerechtigkeit in der Bildung. Und wir wollen einen Naschmarkt für Kufstein, einen Ort, an dem alle Kulturen gemeinsam wirtschaften und der unsere Stadt vom Kaspressknödel bis zum türkischen Honig zusammenbringt. Ich bin der Überzeugung, zwölf Jahre Martin Krummschnabel waren genug, liebe Kufsteinerinnen und Kufsteiner. Jetzt braucht es etwas Neos. Und dafür bitte ich um Ihre Unterstützung.